Zum letzten Mal feiere ich als Bischof hier im Dom zu Rottenburg, wo ich vor 23 Jahren die Bischofsweihe empfangen habe, die heilige Eucharistie. Ich glaube, im Schwäbischen sagt man Ade. Und für das Ade ist es jetzt Zeit. Es ist jetzt ein Ade an dich, lieber Bischof Gippardt, wenn heute eine Ära von fast einem Vierteljahrhundert hier im Bistum Rottenburg-Stuttgart zu Ende geht. Exzellenz, großer Zapfenstreich zur Verabschiedung angetreten. Unseren Bischof Dr. Fürst zum Ehrenbürger der Stadt Rottenburg zu ernen. Ich möchte Ihnen sagen, dass es sich lohnt, sich innerhalb der Kirche zu engagieren, weil wir in einer Zeit leben, wo andere Menschen das brauchen, dass Menschen mit Glaube, Hoffnung und Liebe sich für andere einsetzen. Segen auf deinen Ehrenbürger, auf den Ehrenbürger, auf den Ehrenbürger, auf den Ehrenbürger, auf den Ehrenbürger. Ja, Dankeschön. Schön, dass du auch jetzt in Wunsch, dann bist du wie ich. Wie gesagt, auf dem Studium ja 1973, also vor 50 Jahren, habe ich das Studium begonnen. Und damals war Gepardt vor dem siebten Semester. Ich war im Ersten und da gab es schon Begegnungen. Also ich schätze ihn sehr und bin sehr froh, dass er so lange unser Bischof war. Wenn wir jetzt im Gottesdienst nochmal gehört haben, in wie vielen Kommissionen er mitgearbeitet hat, gut mitgearbeitet hat, engagiert, neue Impulse gesetzt hat, dann war das auch mit viel Verantwortung verbunden. Und ich wünsche ihm, dass er diese Verantwortung jetzt fallen lassen kann. Ich kenne ihn noch als Akademiedirektor und da war er, ich sage, für das damalige Verhältnis sehr fortschrittlich. Und es war eigentlich auch so ein bisschen so meine Traumfigur als Bischof und war danach nicht sonderlich überrascht, als es wurde. Hat mich sehr gefreut.